Wie krank ist Erdogan? Der türkische Präsident steckt mitten im Wahlkampf und hat ausgerechnet jetzt offenbar gesundheitliche Probleme. Der 69-Jährige gibt gerade ein Interview live im türkischen Fernsehen, als er über Magenbeschwerden klagt. Das Interview wird nach zehn Minuten unterbrochen, der Sender geht in die Werbung. Erdogan kommt zwar kurz darauf zurück, das Gespräch wird aber vorzeitig beendet und weitere Wahlkampftermine werden abgesagt. Sofort beginnen in den sozialen Medien Spekulationen über Erdogans Gesundheitszustand. Ein US-Ableger des chinesischen Staatsfernsehens behauptet sogar, er habe einen Herzinfarkt gehabt. Die türkische Regierung dementiert sofort. Meldungen dieser Art würden nicht der Wahrheit entsprechen. Erdogan gehe es soweit gut. Er wolle am Mittwoch schon wieder per Videokonferenz an der Eröffnung des ersten türkischen Atomkraftwerks teilnehmen. Kurze Zeit später meldet sich Erdogan dann selbst auf Twitter zu Wort. Auf Anraten seiner Ärzte wolle er sich zu Hause ausruhen, so der Präsident. Mit Gottes Erlaubnis werden wir unser Programm fortsetzen. Der chinesische Sender hat seinen Post bei Twitter mittlerweile gelöscht. Doch der Nervenkrieg um Erdogans Gesundheitszustand hat gerade erst begonnen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!